Also Sie sehen das Wappen. In den Feldern des Wappens, wenn man auf das Wappen drauf schaut, muss man schauen, oben links ist ein Baum, der steht auch für Leben, im Kreuz ist Leben, aber er steht natürlich auch für meine Heimatstadt Gelsenkirchen und insbesondere auch für den Ortsteil Gelsenkirchen Bur, die Bursche Linde, das alte Stadtwappen von Bur, die Verbindung zu der Pfarrei, in der ich bisher tätig war. Dann auf der gegenüberliegenden Seite ist ein Stern zu sehen. Diesen Stern findet man auch im Wappen des Bistums Essen. Er deutet einerseits auf Maria hin, Maria Meeresstern, aber andererseits ist das auch ein Zeichen des Bischofs für eine Loyalität gegenüber dem Bistum. Und unten drunter den brüllenden Löwen, der entstammt dem Wappen der Landschaft Aquitanien in Südfrankreich. Mein Namenspatron ist der heilige Wilhelm von Aquitanien, daher kommt also dieses Zeichen. Und alles darüber sieht man also auch nochmal in der Mitte ist immer wieder das Kreuz zu sehen und unten drunter auch mein Wahlspruch, im Kreuz ist Leben.